hallo lieber schütze mal gucken was der türkische kaffeesatz dir zu bieten hat also der donnerstag kann euphorisch beginnen ja und am abend ja willst du halt wieder auf dem boden sein und einen realen wert dann wieder deinen gedanken zuordnen also kannst der tag beginnt mit begeisterung nach einigen stunden sie ist halt ein bisschen nüchterner so liebe ja falls du jetzt single bist lieber schütze liebe braucht zeit dass du du wirst auch die passende person finden ja da ist der ruhig zeit lasst dich auch nicht unter trick set unter druck setzen von anderen menschen die da dir die große liebe vorleben dem ist in der regel nicht so ja lieber schütze besinne dich auch besinnen konzentriere dich vollkommen auf dich her und es wird schon flippen das war es dann auch für diesen donnerstag lieber schütze bis zum nächsten mal